Ja, also dass hier Kombo-Batterang verbessert während einer Kombo deinem Battle-Rang mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Ja, also dass hier kritische Kombo verdoppelt im Fall eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe, verdoppelt das Kombo-Ergebnis, jeder des Angriffs, Entschuldigung, dies beschleunigt die Aktivierung spezieller Kombo-Moose. Umgekehrtes Ausschalt, das ist das, das besorgen wir. Aber ich lese erstmal alles vor. Er ermöglicht Batman Gegner unter Wasserspeiern von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Das ist am besten. Danach wäre dann eigentlich nur noch hier Anzugverbesserung und ja, Battle-Rang und so das Ganze gekommen. Aber das Wasserspeier hängen, das ist mein absoluter Lieblings-Move. Den werden wir auch sehr oft benutzen. Ja, worauf fahrt ich denn? Was ist das denn? Wo steht sowas in dem Rückenhaus rum? Wow! Halt, stopp! Aufgeschaltet! Wumstack, auf! In die Seite gesetzt! Das ist natürlich... Ja. Sehr schmerzhaft. Auch der kann, der Joker kann aber schön malen. Ja, da kriege ich doch gleich einen Smiley-Sticker auf sein Bild. Weil er so schön malen kann. Wieso hast du so lange gebraucht? Ach, ich hab doch Kaffee gebraucht. Ja. Ja. Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich! Aber noch nicht jetzt! Oh, ist der groß! Häh! Häh? Häh! 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 Ich komm nicht, dass es gesund ist, dass du deine Wirkung heute rauskommst. Lalalalalala Ah, ich weiß ja, wie ich den wohnen kann Greif mich an! Los! Mit Leichen bloß man nicht! Das ist unhöflich! Und er hat sein Mund nicht gesagt! Er hat auch keine Leute an! Ah! Ich auch! Hey! Zack, zack, zack! Ups, weg hier! Au, war doch weg! Ja, ja! Wow! Der Bacht da vorne ist ganz schön wichtig! Ja, die Füße! Füße hoch, der wird's kommen flaschen! Oh! Ja! Oh, guck mal, ich denke, er ist tatsam! Ah! Better rank! Better speed! Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht! Oh! Oh, weg, 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 weg! Ah, ah! Zu lange! Komm doch! Wir fahren! Weh, weg! Einen Ultra Steif! Schmisch, weg! Und Batman, der einzige Superheld der Einsel, der so schrecklich über den Boden tragen wird! Ja! Bei normalen Menschen, die das Scheiße sind! Jetzt zeigt er auch noch Wir gehen gleich auf der Kalki-Kurse raus. Ah, weg. Ja. Ich bin schon gut, ich bin gut, ich bin schon gut. Ey, ich bin gar nicht mehr da hinten. Sein Herd. Mein Kopf. Der Kopf schmerzt. Ich bin auch clean. Das war ein wenig unerwartet. Ja, ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus. Ach doch. Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gerne noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkemann geflogen. Du wirst sehen, ne? Ja. Richtig, ja. Also dem hilft keiner zur Riebe mehr. Mein Kopf. Was gehen Sie aus? Kommt Sie. Sertmann, ich bin hier drüben. Ich habe zu drehen. Ja, wir kommen gerade dabei. Ja, wir sorgen uns erstmal nicht trotz Riddler-Trophäe, wenn er das rauskommt. Ja, rein hier, wo noch mehr von ihnen kommen. Riddler-Trophäe gefunden, yeah. Was gibst du denn für Wache? Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Kann gut sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Wacht doch mal. Okay. Jetzt stimmt fast. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Du befleter Maus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Ta-ta. Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Ha 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 ha! Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen, durch die du kamst. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. So, und jetzt müssen wir zu den Arrestzellen zurück. Aha. Hier sind wir. Und da müssen wir dann also die nächste rechts... Äh, Quatsch, links. Wir könnten doch die nächste rechts nehmen. Und dann wieder rechts, wenn wir da rauskommen und dann wieder rechts und dann links. Und das sehr wichtig und egal, so gehen wir natürlich diesen Weg. Nächste links und die übernächste rechts. Nächste, naja, nicht eigentlich die übernächste, die geht da rein, also... Ja, ihr wisst schon da. Das muss ich hier nicht erklären. Gut, mein Gott. Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. So, und das Spiel ist so eins meiner all-time-favorites. Ich spiele das schon zum zweiten Mal. Ich hab... Also ich find's immer noch... Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Also wenn ich Sicherheitskuss brauche, oder einen alten Mann-Widerschlag will, dann weiß ich, wen ich frage. Das ist Batman, ich glaub, dass die sitzen alle... Und ich kümmer mich. Wow! Von hinten ist alles gekommen. Also ich weiß nicht, wie das wird sich irgendwie halb an, aber ihr wisst, was ich mein. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Ach, ist eine schöne Topfpflanze und die sieht so gesund aus. So, mal gucken. Was gehört denn speziell Bowles? Der Feuerlösch, der gehört bestimmt speziell Bowles, ja? Ist der Hint, dass das da... Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlammlich. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Der Forensik-Scanner, der muss da gar nicht hin. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zur ARCAM, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. So, und hier sind diese Parzellen. Und wo sind denn die Nächsten? Sind bestimmt... Ja, da sind sie. Und da sind die Nächsten, da sind die Spur. Die Fährte wird schwächer. Ich gehe in die falsche Richtung. Ja, das habe ich auch genannt. Und es ist schon relativ spät. Ich guck mal auf die Uhr. Quatsch, das sieht nur spät aus, weil ich jetzt zu dunkel wurde. Es ist erst kurz nach. Sieben. Ich glaube, was noch ist. Ja, ich komme ja schon. Nein, ich bin mir, ich komme doch. Hallo, was ist da los? Ich versuche, uns tief zu erreichen. Ist der da? Nein. Einen Moment. Ich schaue nach, ob ich ihn finden kann. Oh, danke schön. Tut mir leid, ich habe überall gesucht. Aber ich kann nur seinen Kopf finden. Ich melde mich, wenn ich den Rest von ihm finde. Das ist nicht witzig, Joker. Ja, für ihn vielleicht. Ja, okay. Gut.